die treppe zum beispiel. komm ich hab bitte meine pinguine flossen. das wär ganz zauberhaft. ja flossen. ich hab doch was ich brauch. kann ich jetzt gehen? schneckenhaus, fischskelett, trichter. laterne und erbsen. das sind keine erbsen, aber naja. hier oben sind erbsen. taube, ein kaputter teller, den ich noch kleben muss. da oben ist klever. das hab ich vorhin durch zufall noch gesehen. ein griff, glocke, pistole. der teller sieht aus wie neu. was ist das? ein trichter, eine laterne, eine glocke, ein schuh. also schuhe hat das mädchen ja, dann kann ich die nicht klauen. nee. so die glocke noch da im treppengeländer. alles zugemüllt hier. aber unterm theater, da guckt ja auch immer keiner danach, ne? nee. bitte lass mich jetzt in diesem schrank nicht noch mal wimmeln. nein der schrank ist still. okay. pinguin. walte deines amtes. der turbo pinguin. und weg ist er. das zahnrad. ach gott. ja das letzte rätsel, was ich ja hasse. normalisiere den druck in den rohen mithilfe des roten plus und des blauen minus hebel, so dass der pfeil in den grünen bereichen landet. okay. 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 also ich habe ja offensichtlich viel zu viel druck hier drauf. immer was ist ja schon zu viel. ne, noch mehr druck oder wie? wie, wie gehe ich hier denn weiter? wie, wie, wie? ah. so, so gehe ich weiter. okay, warte, dann geht man bei die mitte. ist aber auch komisch, dass, dass ich, wenn ich einmal rot rein mache, nur ein wasserbehälter füllt, also druck schon hier hinten. aber nein, wenn ich das hier voll mache, dann passt das hier. der braucht anscheinend sehr viel mehr. oh, warte, warte, das war eins zu viel. oh, das ist wohl zu viel, warte mal. nochmal hier mal. alles voll. da, alles voll. irgendwie komisch. das, äh ja, warte, 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 warte. okay, wir fangen mal mit der höchsten zahl an, das ist die elf und ich habe ja schon mal die fünf, das heißt, auch noch sechs, also drei und drei könnten theoretisch gehen. muss ich gucken, aber das hier geht schon mal nicht, weil hier, so kriege ich auf jeden fall keine, keine, keine fünf hin. okay, elf minus 16 sind dann fünf, wenn ich mal hier eine fünf einstelle. vier und drei sind definitiv keine fünf. vier und eins wären fünf. aber dann komme ich nicht auf elf, dann komme ich auf zwölf. vier. ah, leck mich doch, ich will nicht mehr. oder warte, muss ich, müssen nur die zwei zahlen, das hier ergeben, weil hier ist ja eine sieben. das heißt, hier müsste ich null einstellen. das heißt, die zwei müssen zusammen nur elf ergeben. ist das richtig? und hier muss ich einfach nur das einstellen, was fünf ergibt. okay, sechs und fünf gibt ja zum beispiel elf, ne? ich habe da zum beispiel keine, keine sechs, das heißt, sechs und fünf, das wären elf. aber fünf und zwei geht zum beispiel nicht. vier ginge, aber vier plus eins bräuchte ich dann. das wären zum beispiel fünf. ich muss mal die elf hier draußen anfangen, ne? elf minus fünf sind immer noch sechs. das passt aber beides hier nicht. oh gott. gehören akrobat. was? okay. 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 ich will nicht mehr. eins und eins und zwei. eins und eins und zwei. eins und zwei. oh shit, ich wollte die vier auf die drei haben. vier und vier sind acht. ähm. sieben. drei und vier sind zum beispiel sieben, ne? also vier ist schon mal richtig. das kann da weg. vier und drei sind sieben. fünf und eins sind zum beispiel äh, fünf und eins. ja, fünf und eins sind fünf, ne? ich bin gut im Kopf rechnen. ähm. äh, also vier und eins sind zum beispiel. oder drei und zwei. das heißt, ich muss eine drei irgendwie da hinkriegen, wo die fünf jetzt ist, ne? Moment. ah, verdammt, das war jetzt falsch. drei und zwei sind zum beispiel fünf. so, jetzt muss ich hier außen gucken. jetzt sind zwei. das krieg ich dann bei elf. also fünf und sechs zum beispiel sind elf. also die fünf ist hier richtig. die sechs muss da hin, wo die zweite zwei ist. ich raus. das muss ich noch gucken. hier muss ich auch noch mal eine sieben hinkriegen. ähm. fünf und zwei zum beispiel. fünf und zwei wären zum beispiel. sieben. das heißt, die sechs muss durch eine fünf ersetzt werden. hier. ups. war richtig. wir haben es geschafft. wir sind so gut wie am ende. oder. wir sind hier. oh nein, das mittlere dreht, ohne in die Lücken zu greifen, was? Damit das in das Dingens da sich dreht, was? Okay, die... drücke in der richtigen Reihenfolge auf die Knöpfe. Okay, das ist immer wohl richtig. Und jetzt? Okay. Das ist ja, wird's wild geraten. Och, nö, ich hab doch auf keinen Bock, ich mag, ich kann mir so'n Scheiß echt nicht merken, ganz ehrlich. Oh, fuck, ey. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, nee, das war nicht richtig. Ein, zwei, drei, vier, fünf... Das übersteht... Hm... Eins, zwei, drei, vier, 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 vier... Hm... Das ist der Boss nicht. Boah. Ja, lösen kriecht so vor sich hin. Also, das ist ja jetzt echt nur geraten. Warte, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sieben. Acht. Boah. Oh, meine Mutti, was würden jetzt echt zu wünschen übrig? Das ist jetzt acht. Oh, meine Mutti. Ich habe zwischendurch einen Keks gegessen und gewartet, bis das Lösending hier auflädt. Und das ist gleich soweit. Und ich habe zwischendurch mal die neue Pausefunktion von OBS ausprobiert. Und ich bitte darum, dass dieser Typ jetzt endlich fertig ist. Ich habe keinen Bock auf dieses Kackspiel hier. Ich könnte mich doch mal alle an die Füße fassen. Hiermit merkt ihr den Rotz in welcher Reihenfolge das ist. Ganz ehrlich. Muss ich bei mir gleich wieder trennen? Ja. Darf habe ich meine blöde Kneifzange jetzt. So. Und nun darf ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen? Was willst du denn jetzt noch? Was kann denn jetzt noch so wichtig sein, außer dass ich mit irgendwas hier noch den komischen Löschmechanismus hier zusammen klöppeln muss? Mit einer Sicherheitsnadel oder wie? Die hätte ich schon tausendmal haben können. Kornblume und Schlauch. Wendrad. Zahnrad. Was ist denn das hier? Und was kann ich hier noch aufmachen? Da ist die Kornblume. Ganz ehrlich, das bleibt der letzte Puppet Showteil. Ich verliere gerade voll die Nerven mit dieser Reihe. Nicht mal unbedingt, weil sie schlecht wäre, sondern einfach weil sie mir mega auf den Sack geht. Das ist einfach... Tatsächlich bin ich es nicht mehr gewohnt, so viele zigtausende Bilder am Stück zu haben. Und die Rätsel nerven mich einfach nur noch. Wo ist die blöde Säge? Eine Tube und eine Säge. Aber ich sehe nichts davon. Ich habe einen Pinsel. Ja gut, was male ich jetzt damit? Ah, eine Sonne. Wow, ich bin voll der Künstler. Eine Giraffe. Eine Giraffe. Hätte ich nicht eine brennende Giraffe malen können? Wo ist sie denn? Wo ist die Giraffe? Ohne Brand. Ich sehe gerade echt nichts mehr. Das ist ja furchtbar hier. Das ist keine Giraffe. Das ist ein merkwürdig geformtes Pferd. Schlauch, Tube, Säge, Giraffe. Ich habe einen Dackel. Der Dackel wäre mir lieber. Giraffe. Giraffe Säge, Tube. So und jetzt sagt mal wo die blöde Giraffe ist. Wett. Ja komm ihr könnt mich doch alle mal an die Füße fassen wie hier. Das sieht doch kein Mensch. Äh was habe ich jetzt gekriegt hier die Giraffe wahrscheinlich. Hier der Schlauch. Ja toll. Komm beeil dich ein bisschen. Och Nella ist in großer Gefahr. Ich muss das Brandwarensystem reparieren. Bei der Gegenstand Knopf. Ja Brandwarensystem. Kann ich die da reinschrauben? Ja was soll ich denn damit? Wozu habe ich jetzt den blöden Feuerwehrschlauch? Oh Nella ist in Sicherheit. Ich muss Quicks schnappen bevor er noch mehr Schaden anrichtet. Offensichtlich habe ich den Schlauch hier hinten. Hat das auch mal auf hier zu brennen? Das war ein sehr abruptes Ende. Was zur Hölle? Die können alle keine Händen schreiben. Detektiv, du siehst es? Wir haben die Zukunft verändert. Ihr könnt alle keine Händen schreiben. Der Typ wird einfach begraben und dann Mädchen rindt raus zu Vater und fertig. Ja Ende Gelände. Wir haben die Zukunft verändert. Vielen Dank. Alles Böse was wir vorher getan und besiegt haben ist niemals passiert. Okay. Gut, gut. Ist in Ordnung. Ich kann damit leben. Und ich kann auch gut damit leben, dass das der letzte Puppet Show Teil ist, den ich aufnehmen und zeigen werde. Für eine ganze Weile. Meine Güte. Ich habe echt Zorn bei diesen Spielen. Nichtsdestotrotz bedanke ich mich bei all jenen, die eingeschaltet haben und die bis zum Ende drangeblieben sind vor allen Dingen. Wahrscheinlich seid ihr nur drangeblieben, weil ich die ganze Zeit hier so am rumfluten, rumschreien und am rumragen bin. Weil ich mich über alles aufrege. Wir sehen uns dann im nächsten Spiel wieder. Das ist wahrscheinlich Grimm Fassade. Und danach haben wir mal eine neue Reihe und neue Einzelspiele zwischendurch und zwischendrin. Also so langsam brauche ich mal Abwechslung hier. Ich verdanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Game wieder. Bis dahin. Bye bye. Musik Untertitelung des ZDF, 2020